Es macht mich jeden verdammten Audio-Spam kaputt. Und da ist wieder dieses gepimpte... ...Drecks. Da ist was ganz anderes, was mir Sorgen bereitet. Oh mein Gott! Das gegen Lasers! Unser Laser ist der mächtigere! Unser kommt aus der Schweiz! Ja, natürlich! Das heisst, der ist auch ein bisschen langsamer, aber letztendlich auch wirksamer. Ja, schau dir was an, wie sich dieser Laser durch den Körper hindurchbohrt. Ich fräse schon fast. Ach so was? Äh, ja, äh... Laser, Laser, Laser! Sehr schön, wunderbar, in den Schritt getroffen. Ja, wunderschön. Wie fast wie ein Schweizer Uhrwerk oder ein Schweizer Taschenmesser. Und nicht zu vergessen ist er durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Natürlich! Hauptsache es kommt aus der Schweiz! Wo sieht das aus? Ich soll darüber! Das gefällt diesem Soldaten aber gar nicht! Stirb! Sieht fast so aus! Stirb! Der ist ja ein bisschen unschön drauf heute! Die Stipe im Nahkampf ist nicht unbedingt das optimalste! Nein! Aber du magst trotzdem! Ohahaha! Ich würde sagen, der hat es schön zerfetzt! Boah! Oh Gott! Cyborg Arkner ist zurück grad bei mir! O-M-G! Äh! Ja, jetzt geht's wieder! Warten wir diese Idioten platt! Da ist mir der Finger ausgerutscht! So! Oh mein Gott! Das Schiff ist back! Zeig sie dir! Alle Teams halten den Kampf! Lass sie nicht zum MND gewollt! Ich habe keinen Laser mehr! Ich kann dir einen geben! Boah! 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 So! Was müssen wir machen? Zeig dir! Ein Feuergefecht etwas! Wahrscheinlich nicht! Feuergefecht? Nö! Bring ihn um! Von hinten! Jawoll! Was zum Arsch! So! Das sehen wir! Ja! Ah! Und zwar! Ja! Wir müssen die Position möglichst verteidigen hier! Oh! Sehr schön! Also was mag ich? Superquiks-Modus! Wollen wir das in ganz schön viel drüben! Einfach noch rüberschießen! Mit der Mini-Garden, die nicht so mini ist! Das ist wie fast ein Kaugummi! Ja! Hey! Ja! Ich treff den nicht! Ja! Das ist irgendwie auch nicht so arg hier! Kann ich mir vorstellen! Der lebt! Schau mal! Ich treff den nicht! Obwohl es gut markiert ist! Zauber! Stirb da hinten! Oder auch! Weg mit dir! Ich seh dich! Ich schieße sofort die Wand da kaputt! Das geht! Mit fest dran glaube geht es! Ja! Du musst nur den Glauben haben! Genau! Du kannst sogar durch Wände schießen! Super geschafft! Okay! Ich glaube ich sollte mich weiter zurückziehen! Jetzt! Ja! Weil! Sie schon da sind! Oh Gott! Ich komme zu spät! Ich komme zu spät zum Abendessen! Mutti wird mir nie verzeiht! Stirb! Das sind super Krieger! Die rennen schreiend weg! Okay! Wir müssen hier verteidigen! Ja! Super einfach sinnlos raufschießen! Ja! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh Gott! Mein Lieblings! Meine Lieblingswaffe! Komm her! Komm her! Du Sau! Du Sauhund! Gib sie uns! Ich krieg dich! Komm her! Komm her! Ich krieg dich! Ich schwör's dir bei Gott, wenn ich dafür drei Leben Opfer muss! Ich krieg dich! Oh mein Gott! Wir können fliegen! Ja, die Treppe runter! Oh mein Gott! Wir müssen nur daran glauben, wir können hier fliegen wie Peter! Peter? Peter Pan! Ach so, natürlich! Hast du grad, hä? Peter lustig? Ich dachte, der kann auffliegen! Wo ist meine Waffe? Wehe, du verbraust sie zu stark! Ich hör' dich doch! Ich hör' ihn abspacken! Bist du das? Nein! Was das für eine geniale Waffe ist? Ich muss ihn finden! Oh mein Gott! Verpicht dich! Micky, stirb! Macht nichts! Wo ist er? Ja! Bitte sag' nicht, der ist jetzt irgendwo sinnlos gestorben! Ich muss diese Waffe haben, ansonsten hat mein Leben keinen Sinn mehr! Weg! Ja, irgendwie ist er nicht mehr da, ist komisch! So fort! Ja, verstehe ich! Ich geh' nicht zurück! Ich hab' anderweitig zu tot! Hm! Ah! Ich will diese Waffe! Ich glaub' das ist eine der einzigen Chancen, die hier zu bekommen in diesem Let's Play! Oh, ich glaub' ich seh' sie! Ist sie das? Ist sie das? Nein, das ist ein Helder! Von den Kanadverschern weiter waren! Die Waffe ist irgendwo, wo ich sie nicht mehr finde! Bullshit! Viel Schade! Es wäre etwas wunderschönes gewesen! Stirb, du Sack! Wenn ich meinen Hammer nicht kriege, dann stirb! Und ja, es wäre ein überdimensionaler Hammer gewesen! Da liegt ein Soldat! Moment, der hat auch was Schönes! Haha! Oh mein Gott! Was könnte das sein? Es ist... Eine... Was ist das denn? Das ist wie ne Pupgun! Das Geschirc gehört mir! Richtig! Eine Schrotflinte! Wow, cool! Okay, gucken wir, wie soll'n dahinter! Wenn der mir den Hammer nicht mitgibt, dann nehmen wir eben eine Minigun und ne... Maschinengewehr... Äh, Maschinengewehr! Ne Pupgun! Okay! Laufen! Dum 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 dadam! Dum 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 dadam! Dum dum dadam! Dum dadam da! Dum dadau! Ah ne! Kein Indiana Jones! Das habe ich immer bei Metroid gesungen! Indiana Jones Titelmelodie! Wow, nicht schlecht! Ok, jetzt müssen wir die drin verteidigen! Mit der Pumpgun! Unter anderem! Mit der Pumpgun, auf zur Bank, ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Bitte spiel das Lied vollständig ab, bitte. Bitte. Moment. Bitte. Moment, ich hab's gleich. So. Ist die Miete überwiesen, sind sie wieder in den Wiesen. Euro, Chaos, Börsen, Krisen, Rente und Knapp und Null die Wiese. Immer pumpen oder borgen, Raten zahlen, Steuersorgen holen sie sich gleich übermorgen, das. Mit der Pumpgun, auf zur Bank, ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Nerven tut das Brüderlein, Schwiegermutter will nicht heim. Einmal drücken, ganze Zehn, Kugeln kann man fliegen sehen. Arbeitsamt fährt auch nichts rüber, Wetter draußen immer drüber, 45er Kaliber. Und zur Bank gleich gegenüber. Rangeweile, unentschieden oder einfach unzufrieden, scheiß Gesamtsituation. Hauptsache Punition. Computer ist hier abgekackt, alles geht hier auf den Sack, angesägt, angelegt. Mit der Pumpgun, sportlich schlank, ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Aber Vorsicht am Gerät. Oh, zu spät. Oh, ich hab versucht, im Rhythmus zu schießen, das war nicht so leicht. Ich glaub, an ein, zwei Stellen hab ich's getroffen, glaub ich. Sehr schön. Ich hab dafür wohl sogar meine Minigun weggeworfen. So. Damit ich das nicht ziehen konnte. So, wir gehen einfach zu Fuß hin. Hallo, Gegner. Hallo. Ich bin da, wer noch? Wow, stimmt. Ja, ja, die schöne, gute, alte Bulli-Parade. Ja, man muss sie lieben. Also, ich bin ein großer Fan immer noch. Ja, sie war sehr, sehr schön gewesen. Nö, was hast du getan? Ich brauch mehr Monikäu. Achso. Dann ist das vertretbar, was du gerade getan hast. Dann. Boah, es ist so zufrieden. Du hast sie für die gute Sache geopfert, sie ist so. Also, natürlich. Ja. Ja, sein Tod ermöglicht mir zu leben, bis ich tot bin. Ich find's cool, wie ich auf jeden Fall. Ich soll verteidigen und stürmen einfach die Gegend. Na. Kann nur, dass ich nicht treffe. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ja. Stürz. Stürz. Warum steht... Entscheide dich. Rein oder raus, mein Freund. Pumpgun. Du. Sack. Geh. Sicht. Ja. Unmöglich. Pumpgun. Pumpgun. Sit. Sit. Böse Viecher. Böse, böse Viecher. Sit. Ich hab grad auf die Uhr gesehen und gesehen, wir haben ja noch massig Zeit. Ja, das stimmt. Ich komm heute sehr, 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 sehr gut voran, möchte ich sagen. Vielleicht, ja, dadurch, dass wir auch nicht mehr diese Katzen machen müssen, geht das natürlich auch alles... Richtig. Und das Schneiden und Bearbeiten geht schneller. Danke für deine Munition. Munition? Danke. Gib mir deine auch noch. Danke. So. Ja, nee, du hast eine andere Waffe. Du darfst leben. Was ist mit dir? Ähm, hast du was Tolles? Nein. Schade. Ja, mein Gott. Man muss ja nicht jeden töten. Der ist ja auch ganz sympathisch aus der Junge. Er war super freundlich. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, die sind... Wohann das? Ja, schade. Das Ding war jetzt nutzlos, aber naja. Ne, wieso? Wir nehmen es einfach mit. Mitnehmen es doch auch. Boah! Stabgranate. Auch was Schönes. Komm mal her, Jungsche. Stirb. Hey. Oh mein Gott. Zum Glück haben die jetzt direkt in die Luft gesprengt. Die waren zu frei, mir die Arbeit abzunehmen. Und meine Munition für Wichtiger sparen zu dürfen. Das ist doch freundlich. Auf jeden Fall. Stirb. Du da hinten. Ich habe noch 42 Schuss. Die müssen verdächtig reichen. Und für all deine Freunde. Ja. Juhu, ich habe sogar den getötet, den ich töten wollte. Oh. Ich muss aufpassen, wie? Wow. Oh mein Gott. Das hier ist nicht so schlimm, wenn die mich schlagen. Das Problem ist eher, dass hier in der Nähe ein Abgrund ist, wo ich einfach runterstürzen kann. Und dann wäre ich gleich tot. Oh, übel. Mit der Pumpgun. Und das wäre unschön. So, okay. Ich glaube, die Welle wäre auch überstanden. Ich höre aber... ...was anfliegen, glaube ich. Ja. Hey. Wollen wir jetzt da rumrennen? Schau. Hoppy. Hoppy. Das war der letzte Dutch. Wie er sich freut, dass wir ihn haben. Hoppy. Oh, Junge. Oh mein Gott. Du klingst ja original wie Mickey Mouse. Ja. Der einzige Überlebende. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Der einzige Überlebende. Wie verdreht der seinen Kopf? Stirb. Er hat sogar noch einmal geschossen. Was? Er hat noch einen letzten Schuss abgegeben. Oh, der. Ja. Knut. Die Wand. Oh. Er rammelt da echt diese... Okay, nehmen wir's mal mit. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist doch krank. Er bin gedrückt halten, um Aufzug zu aktivieren. Juhu. Wuhu. Was würde Mickey Mouse dazu sagen? Oh, Junge. Oh mein Gott, du könntest echt Mickey Mouse synchronisieren. Das klingt sehr, sehr originalgetreu. Das freut mich. Juhu. Wo zum Teufel kam die... Oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Die Pumpgun und der... Das Buggewehr sind hier deutlich im Nachteil. Oh ja, das ist... Oh, ich hab einen getroffen. Ich hab einen getroffen damit und der ist sofort abgestürzt, ohne Explosion. Oh, fuig. Treffer. Ach, du Diebezeit. Hast du mir ne Waffen mitgemacht? Juhu. Seid sich, die sind schon alle tot. Und das ist alles deine Schuld. Deine Schuld. Er ist Schuld. Die Sau. Bekommt er aufs Maul hier. Ja, das ist die einzige richtige Maßnahme gewesen. Da. Oh mein Gott. Juhu. Das wird echt langsam heftig hier. Die war schlecht geworfen. Friss. 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 Jetzt wünsche ich, ich hätte noch meinen Granatwerfer hier irgendwo. Weiß er nicht. Granate. Juhu. Also ich finde jedenfalls, das ist ein Granatwerfer. Natürlich heißt das Ding Gutgewehr. Ich war wahrscheinlich 10.000 Mal gehasst dafür, dass ich Granatwerfer sage. Von allen Halo abtrünnigen. Ich komme. Stimm. Mein Gott. Ich komme. Hör mal auf hier, Jungs. Ist doch nicht mal feierlich, was du hier tust. Stirb. Oh, ja. Stirb. Stirb. Oh, bring ihm. Ich höre da noch einen Chatpack fliegen. Was? Was? Wo packst denn du denn? Was wird denn das hier? Mellow. Unglaublich. Kann doch nicht angehen hier. Uh, du, du, du.